So und damit Herzlich Willkommen zu Survey Oh, das war ganz schön lange Ich hab schlecht geschlafen Ganz schlecht geschlafen So, da sind wir auch schon Hallo Okay, das sieht auf jeden Fall schon Wir Wir scheinen auf jeden Fall sehr schwer zu sein Entschuldigung bitte Ich hab ein wenig viel Schokoladen In der letzten Zeit gegessen So, wo ist hier der Lichtschalter? 5 Uhr Okay Im Fernsehen läuft nur Scheiße RTL wahrscheinlich Da ist ein Schlüssel Kann ich den aufnehmen? Ich bin jetzt so Schlüsselorgan Organisiert, wollte ich gerade sagen Schlüssel gehypt von dem Game von gerade Wohnen wir denn hier allein? Ja, das ist doch ein Bild Das würde ich mir doch glatt in den Flur hängen Also das Also jetzt Real Talk Das würde ich mir doch glatt einfach mal in den Flur hängen Wenn ich ein Haus habe, wo ich alleine wohne Oder Ich weiß nicht, ob ich alleine wohne hier Oder keine Ahnung Gibt's die beim Ikea? Ich frage für einen Freund Eine drehende Lampe Wirst du dabei nicht Normalerweise müsste es ja dynamisches Licht sein, ne? Aber ist sogar Wirst du dann nach einer Zeit nicht bekloppt eigentlich? Oder? Also ich Ich frage jetzt nur mal Wo ist denn hier der Lichtschalter? Ah Ah, ein Kreuz über Ah, über den Backofen Ja, ist natürlich Wow Diese Lampen werten jetzt den Raum unheimlich auf, muss ich sagen Oh, das Handy klingelt Ja, einen Moment bitte Ja, ist doch gut Wer ist denn da so penetrant am Anrufen? Ah, im Fernsehen ist immer noch RTL am Laufen Ist doch Was? Äh, äh Use the cell phone pressing space Locked Enter 5 Digi Passwort 5 5 Nein Hallo War das ein Bug oder ist das Licht jetzt gerade da angegangen? Was ist das? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Auch gar hier so in der Ecke am Scheißen, Alter Guckst du auf sie Das gefällt mir gar nicht, dass wir gefragt werden Ob wir gerne alleine sind zu Hause Schatz Das war eine Küche, oder? Okay, wir haben keine Damenschuhe hier Wir sind also doch alleine hier am Wohnen Aber was für eine Riesenbude wir einfach haben Hallo 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 Warum steht die da jetzt? Willst du Ich mach Fernseher aus Du guckst keinen Fernseher Wieso steht die Puppe hier? Mein Arbeitszimmer Fühl ich mich sicher Hier nehm ich meine Let's Plays auf Ich bin nicht alleine Im Schlafzimmer ist Licht aus Hallo Ich mein Hallo Hallo Ich will hier nicht sein Wer ist denn hier? Hör auf damit Warum spiel ich sowas immer? So Continue Geht nicht die Application Ah, hier sind Zettel Erstmal Zeit zu lesen Wo ist das denn da? Das ist ne Hand, ne? Hör Was macht die bei uns im Trockner Raum? Ich mein, soll ich hier die Falten raus trocknen oder was? Alter Das Spiel macht mich jetzt schon fertig Na toll Warum soll ich das tun? Hier, Radio Ich will mich gerne setzen Scheint wie das Telefon gleich sauer oder so Dann sagt er Warum bist du nicht unten geblieben? Du solltest doch Im Ding solltest du doch gucken Äh, nicht gucken Solltest du doch Radio hören? Ich werd dich finden Aber was ist das für ein Raum hier, Alter? Haben die hier irgendein Kind hier misshandelt oder so? Oder hier irgendwie Gefangen gehalten? Das sieht ja eigentlich aus wie ein Kinderzimmer Oder sind wir vielleicht ein Pädophiler? Ich weiß es nicht Keine Ahnung Ah, der Song ist zu Ende Ah, der Song ist zu Ende Hallo? Hallo? Oh, Alter Ich will da nicht hochgehen Ich will auf keinen Fall hochgehen, Alter Ich geh jetzt schon sterben Oh Gott Ich habe jetzt schon Ich sag doch, wir sind irgendwie so ein ganz komischer, kranker Typ Ich habe jetzt schon Angst, wenn wieder ein Horrorspiel mit VR kommt Für die Playstation Wie kommt die hier nach oben? Ich bin doch nicht bescheuert, Alter Ich drehe mich doch jetzt nicht um Nö, ich drehe mich nicht um Ich bin doch nicht Ich drehe Nein Oh, nein 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 Oh, Alter Ich, äh Oh, Entschuldigung Oma Gesundheit an mich selbst Was hat das? Entschuldigung, Alter Du bist so Oh Das ist, dass jeder andere sich bekonsten Es tut mir leid Das ist bestimmt eine ganz tolle Story Herein Erstmal Dokument lesen Ein Schlüssel Oder? Ja Den ich nicht aufnehmen kann Weil ich zu doof bin Ah, jetzt Oh, nein Das ist der Schlüssel für den Keller, ne? Das ist kein Keller Das ist eine Abstellkammer Das liest sich echt gut, aber Die Musik läuft schon wieder Oh, Alter Alter, mach dich so mal mit mir Ich dachte, das steht jetzt hier Ich meine, steht ja sowieso, aber Du scheiß kein Vieh hier weg Was ist das? Vor allem, wo ist das? Das ist so ein Schlafzimmer, ne? Da steht jemand Da ist der Ventilator Das ist so ein Schlafzimmer Oh, ich hab voll die Gänsehaut gerade Ich wusste gar nicht, dass wir im Schlafzimmer Eine Kamera haben Für die ganz Harten Wahrscheinlich auch noch so ein Spiegel So unter der Decke Damit man sich richtig schuldig fühlt So richtig so Warum weint die denn? Was ist denn hier los? Und das ist auch ein Bild Das würde ich mir hundertprozentig auch so An die Wand hängen So eine bepisste Puppe Es sieht aus, ob die überall Pisse dran hat Oder so Keine Ahnung Oma Schwester, Mutter Ich weiß es nicht Kannst du mal Wo geht sie hin? Schatz, da ist aber nicht das Klo Das ist der Schrank Was willst du denn? Ich bin hier nur eingezogen Hau ab du Untermieterin Geh weg Die kommt näher, oder? Kommt die näher? Kommt die näher? Kommt die? Geh weg Geh weg Die kommen näher Die kommen näher Ich schwör, die kommen näher Geh weg Ich will hier rein Geh weg Lass mich Die kommen näher Geh weg Lass mich Geh weg Ah, Disco-Licht Yeah Hyper, hyper How much is a fish? Doch leider, leider bist du hässlich Wieso ist mein Klo zu? Hallo, ich muss kacken Ah, jetzt Von dem weißer Alter Er lebt hier alleine Und hat erstmal zwei Badezimmer Mit Badewanne und allem Pipapo Aber gar nicht übertrieben Kann ich mich im Schrank eigentlich verstecken? Ja Könnte ich sein Ohne Scheiß Really Könnte ich sein Mir so einen Pizzakarton zu bestellen Also Familienpizza Wo ich dann zwei oder drei Tage dran esse Mach ich ab und zu mal Muss ich jetzt ehrlich gestehen Mach ich einfach ab und zu Weil ich da einfach dann Bock drauf hab Dann bestehe ich mir so ein Familienblech Und dann esse ich da so zwei, drei Tage dran Pizza kannst du gut noch drei Tage nach Dings essen Nach Release Wollte ich gerade sagen Pizza nach Release Und wann wurde deine Pizza released? Ja, vor drei Tagen Entschuldigung Was ist denn hier? Überall Zettel Oh Gott, so viele Dokumente zu lesen Hallo? Hallo? Oh Gott Ja, mach aus Genau Kannste Guck mal da Oh Gott Oh Gott Oh Gott Gleich passiert was Ich schwöre Oma Oma Ich mach dir ein leckere Steak Das erste ist nicht so gut geworden Hätte besser werden können Aber eins hab ich noch in der Pfanne Und wir essen es zusammen Und dann machen wir uns gemütlich auf Couch Machen wir einen schönen Fernseher Was hältst du davon? Puff Ja Herein Hier findet ihr uns bestimmt nicht Hier findet ihr uns bestimmt nicht Die Alte Komm doch rein Ist Tag der offenen Tür Wo geht sie hin? Frag ich mich gerade Ah, sie hat einen Zettel da gelassen Das ist nett Danke Oma Was auch immer drauf stehen wird Wir werden es lesen Oder zumindest Mach doch noch lauter My English Not the yellow from the egg Ach du bist doch Banane Bist du doch Man bring mich doch nicht zum Lachen Mann Ist doch so schon anstrengend genug hier Ich leb hier anscheinend doch nicht alleine Hör auf damit Hör auf rum zu heulen Das ist ein scheiß Problem, Mann Hier liegen Zettel rum Keine Ahnung, warum die mir so Briefe schreibt Hallo Alter, lass mich hier durch Oh Gott, ich will das gar nicht sehen In der Webcam Alter Ich will das nicht sehen Was da dein Englisch scheiß ist Ist jetzt beleidigt Tut mir leid Oma, lass mich Mach die Tür zu Kann ich wieder Licht anmachen Danke Wieso macht die Oma immer Licht aus? Will ich Strom sparen Oder was? Hallo Joseph Omi Warum zappelst du so? Ich will da nicht hingehen Nö Nö, seh ich nicht Kann ich hier Hallo? Ich würde gerne die Tür schließen Abschließen Und mich Hallo Ich will da nicht hingehen Alter Auf keinen Fall Hör, die ist weg Hör, wo ist die hin? Hör Da, die hat schon wieder einen Zettel da gelassen Vielleicht ist die Vielleicht arbeitet die bei der Post Ich weiß es nicht Da ist der Raum mit dem Trockner schon wieder Haben wir die in den Trockner gesteckt? Ich watche wieder lustige Sprüche Lass das Licht an Ich kann das Licht nicht mal anmachen Ich kann die Tür nicht öffnen Ich habe Hunger Entschuldigung Ich komme jetzt Oh Gott, da müssen wir uns verstecken Oh, ich verstecke mich Ich mache beide Schränke zu Weil dann fällt es Ich drücke jetzt nicht E Nein Mann oder Memme Da bin ich lieber Memme Boah, aber ich Eier in der Hose Bin ich hier jetzt Fotos am Entwickeln Oder warum ist das alles rot? Hallo? Hahaha, hallo? Die kommen klar aus dem Bild Ich weiß es genau Ich schwör, die kommen klar aus dem Bild Was muss ich tun? Höh Ich glaube nicht Ich habe das Radio ausgemacht War das eine gute Idee? Höh Höh Lass mich Ich kann nicht weglaufen Höh Also irgendwie geht da was Um Selbstmord oder irgendwie Keine Ahnung Suicide und Oma ZE SURVEY ZE SURVEY Höh 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 Um Uh 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 Um, um, um.